Liebe Leser vom Fasnatskalender 2020 von den Kannibalen, herzlich willkommen. Schön sind ihr wieder dabei, denn heute habe ich ein besonders schönes Fenster für euch bereit. Und ich entfeiere euch jetzt ins 1902 zurück, weil dort unseren berühmten Stadtpoeten und Dichter Felix Burkhardt alias Blasius gelebt hat. Blasius hat in seiner Lebensphase wunderschöne Gedichte geschrieben und eines, das besonders gut auf unsere Fasnacht passt, möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Wenn ich es dann lesen kann. Das heisst, es ist wieder Zeit. Es ist wieder Zeit, gehen die Larven kaufen, sich die Wackishosen glätten lassen und die Zaube spät durch die Gäste laufen, den Trommeln und den Pfeifen nehmen. Es ist wieder Zeit, gehen Räppchen schmeißen, zwei Nachmittag an das Trottoir stehen und bei der Suppe, bei der Heise den Morgenstreich versauen lassen. Es ist wieder Zeit, gehen die Zunge schleifen, beim Schnedern und am Piccolo und sich sein eigenes Ferschen pfeifen auf alles, was nicht Gummilf ist. Es ist wieder Zeit, um die Zunge zu kommen. Es ist wieder Zeit für die Zerihägel im Extrazug auf Basel zu kommen und sich von unseren Trommelschlägen drei Tage lang den Takt, der ihnen fehlt, schlagen lassen. Es ist wieder Zeit für das Fasnachtsgewimmel, für Farben, Musik, Melodie und für die Gumm in den siebten Himmel. Es ist wieder Zeit, ein Basler zu sein. Ist doch herrlich, oder? In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Fasnacht.